Herzlich willkommen zur fünften Vorlesung organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns an, was Polymere eigentlich genau sind. Die bestehen aus Einzelbausteinen, den Monomeren, und dabei beleuchten wir genau, welche Rolle Doppelbindungen in den Bausteinen und auch in den fertigen Polymeren eigentlich spielen. Schauen wir uns als Beispiel für Polymere mal das Polystyrol an. Das ist eines der am weitesten verbreiteten und kostengünstigsten Polymere. Die Monomereinheit dazu ist das Styrol und sobald wir das Ganze polymerisieren, das heißt also unsere Alkankette hier bilden, an denen jeweils eine Phenylgruppe dranhängt, haben wir unser Polystyrol. Abgekürzt wird das Ganze in der chemischen Formel mit so einer eckigen Klammer, mit einem kleinen N-Suffix, das heißt also das hier ist unsere Polystyrol-Wiederholeinheit. In der kommerziellen Anwendung sehen Sie meistens dieses Symbol hier, 06PS, das ist der Resin-Identification-Code, oder der Identifizierungscode des Polymerharzes, also 06 für Polystyrol. Polystyrol selber ist ein Thermoplast, das heißt es lässt sich relativ leicht thermisch formeln, alle Formen, die wir so brauchen in der kommerziellen Anwendung und es wird seit etwa 1930 großtechnisch hergestellt. Die Herstellung kann radikalisch ablaufen, kationisch oder anionisch und diese drei Fälle schauen wir uns im weiteren Verlauf ein bisschen genauer an oder mittels Ziegler-Natter-Katalysatoren, die werden wir hier nicht im Detail besprechen, das ist weiter fortführende organische und Polymerchemie. Das Material selber ist bis 70 Grad Celsius gut dauerhaft einsetzbar, das heißt also besonders wenn Sie an Getränkehalter denken, aber auch beim Einsatz in der Nähe von beweglichen Maschinenteilen, die auch Wärme entwickeln, ist Polystyrol eine gute Wahl. In der Anwendung ansonsten sehen Sie das Polystyrol als Isolator, da es selber keine elektrische Ladung leitet, als Verpackungen, zum Beispiel Folien oder als Schäume, findet auch in Schwimmwesten Anwendung. Das Material selber ist kristallinklar, also die Teilkristalline Form von Polystyrol ist komplett durchsichtig hier in den Folien oder an Geodreiecken, sehen Sie das. Schäumen wir Polystyrol auf zu Styropor, dann haben wir hier unsere Isolierplatten, dort ist der Brechungsindex des Lichts anders, das Licht wird elastischer gebrochen und es erscheint weiß. Das Hauptproblem bei all diesen ganzen Polymerprodukten ist natürlich etwas, was Sie aus den Medien kennen, das ist die Verschmutzung der Weltmeere mittels Plastik und auch die Zersetzung dieser Polymere zu Mikroplastik. Hier sehen Sie insbesondere Plastikflaschen, die bestehen aus einem anderen Polymer, nämlich dem PET oder dem Polyethylen-Terephthalat. Natürlich ist es dann umso entscheidender, Recycling für diese Polymere zu finden, eher die aus solchen freischwimmenden Müllhalden enden. Hier haben wir die Möglichkeiten, Polystyrol relativ leicht zu neuen Schaumstoffprodukten umzuwandeln. Polystyrol selber wird auch als Wachstumsverbesserer im Boden eingesetzt. Hier gibt es meistens dann noch ein anorganisches Additiv, um die Adsorption des Materials im Infrarotbereich zu verstärken und somit den Boden zu wärmen. Es findet auch eins als Kompostiermittel oder in der Porosierung von Ziegeln. Das heißt, hier wird sowohl das Gewicht der Ziegeln verringert durch Polystyrol-Additive als auch die isolierende Wirkung von solchen porosierten Ziegeln. Zum anderen haben Sie natürlich innerhalb des Polystyrols eine ganze Menge von Kohlenstoff-Kohlenstoff und Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen, also Kohlenhydrate. Das heißt, Sie können die Materialien auch beim Verheizen zur Energiegewinnung nutzen. Ab ca. 1000 Grad Celsius findet die Pyrolyse von Polystyrol automatisch statt und Sie nutzen diesen hohen Energiegehalt, der in diesen Bindungen sitzt, zum Beheizen. Das sehen Sie dann bei Müllheizkraftwerken. Die Entsorgung über Deponien ist nicht ganz unproblematisch, denn Polystyrol kann sich mit anderen Chemikalien in der Umwelt umsetzen und dann auch unter Umständen Giftstoffe produzieren. Deswegen ist natürlich Recycling dieser Materialien die erste Wahl. Wie wir also gerade gesagt haben, kann Polystyrol auf dreierlei Weisen hergestellt werden. Und eine davon ist die radikalische Polymerisation. Sie erinnern sich, bei allen radikalischen Prozessen benötigen wir einen radikalischen Initiator oder einen Radikalstarter. In diesem Beispiel ist dies das Benzoylperoxid, was Sie links oben sehen. Wenn wir dieses Molekül erhitzen, spalten wir diese Sauerstoff-Sauerstoff-Bindung homolytisch. Das ist also ein Ein-Elektron-Prozess und den zeichnen wir mittels eines Halbpfeils ein. Das heißt also hier wandert ein Elektron aus dieser Sauerstoff-Sauerstoff-Bindung an eines der benachbarten Sauerstoffe und das andere wandert dann hier hin. Es handelt sich hier um Ein-Elektronen-Prozesse, wie gerade gesagt. Das heißt also, wir stellen das Ganze mit diesen Halbpfeilen dar. Jetzt haben Sie Ihren Radikalinitiator und hierbei können Sie relativ leicht ein CO2-Molekül, also ein Kohlenstoffdioxid, eliminieren. Und zwar indem Sie dieses freie Radikal in dem Sauerstoff jetzt auch wieder kombinieren. Und zwar mit einem Radikal aus dieser Phenyl-Kohlenstoff-Bindung. Dabei entsteht unser CO2, also Kohlenstoffdioxid-Molekül, was dann auch als Gas aus der Reaktion abgeht. Und Sie erhalten ebenfalls Ihr Phenylradikal. Dieses Phenylradikal kann jetzt also die Reaktion starten, indem es das erste aktive Zentrum bildet. Auch hierbei handelt es sich wieder um einen Elektronen-Prozess. Das heißt also, das freie Elektron vom Phenyl kombiniert dann mit einem Elektron aus dieser CC-Doppelbindung. Und Sie formen dann dementsprechend eine neue Kohlenstoff-Venyl-Bindung hier in der Mitte eingezeichnet. Und da Sie jetzt natürlich ein Elektron aus dieser PP-Bindung zum Beispiel entfernt haben, fandet dieses an ein benachbartes Kohlenstoff. Und zwar hier hin. Ja, das haben wir dann hier eingezeichnet. Das heißt, das hier ist jetzt unser aktives Zentrum. Ja, und das kann jetzt mit weiteren Styrolmolekülen in exakt dieser Art und Weise weiter reagieren und unsere Kettenreaktion dann fortsetzen. Das heißt also, wenn Sie das Ganze mit N Styrolmolekülen umgesetzt haben, haben Sie eine N plus 1 lange Kette und immer noch Ihr aktives Ende, was weiter wachsen kann. Was natürlich ebenfalls passiert oder passieren kann, allerdings unerwünscht ist, sind die Kettenabbruchsreaktionen. Ja, dies passiert immer dann, wenn ein reaktives Ende anstelle mit einem Monomer, in dem Fall dem Styrol, mit einem anderen reaktiven Ende reagiert. Das heißt, auch hier wieder ein Elektronenprozess. Das ist in diesem Fall kombinieren Sie hier das Radikalen im einen aktiven Ende mit dem Radikalen im anderen aktiven Ende. Und Sie bilden diese neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung. Ja, Sie merken, ich zeichne das Ganze mit einer Maus ein, deswegen umso langsamer und verwackelter wird das Ganze. Und in diesem Fall, ja, bei diesem radikalischen Prozess entsteht kein neues radikalisches Ende. Ja, das heißt, damit ist die Reaktion zu Ende. Ja, und die Kettenreaktion ist abgebrochen. Bei der kationischen Polymerisation fungiert eine Säure als unser Starter. Ja, in diesem Fall wird diese Doppelbindung, die wir in unserem Polystyrol haben, protoniert, indem wir zum Beispiel hier unser H+. Ja, mehr schlechter als recht, hier über dieses Kohlenstoff aufnehmen. Das ist ein Zwei-Elektronen-Prozess. Ja, wir bilden eine neue Sigma-Bindung hier vom Kohlenstoff zum Wasserstoff. Und dementsprechend bekommen wir hier an diesem höher substituierten Kohlenstoff unsere positive Ladung. Dies hier, dieses Carbocation, ist dann unser reaktives Zentrum, unser reaktives Ende und kann dementsprechend ebenfalls mit weiteren Polystyroleinheiten durchreagieren. In diesem Fall geht dann diese Doppelbindung statt anstelle an ein neues Wasserstoff, geht diese Doppelbindung über dieses terminale Kohlenstoff an unser Carbocation dran. Und wir bilden jetzt hier unsere Kette. Ja, und dementsprechend läuft dann die Reaktion dann weiter. Und wir haben unsere Kettenfortpflanzung oder Propagation und machen damit unser Polystyrol. Alternativ kann dieses reaktive Ende mit unserem HSO4-Rest reagieren. Und wir bekommen hier eine neue Kohlenstoff-Sauerstoff-Sigma-Bindung und damit also einen Kettenabbruch. Das heißt also, sie wollen möglichst geringe Konzentrationen von dieser Säure zu Beginn der Reaktion haben. Ansonsten werden sie ebenfalls einen großen Anteil an HSO4-Anion in der Lösung drin haben, die dann dementsprechend unsere Kettenreaktion terminieren können. Und schlussendlich die anionische Polymerisation. Die läuft analog zur kationischen bei. Wie der Name suggeriert, ist hier allerdings der Initiator und auch das reaktive Ende ein Anion, also eine negative Ladung. Als Initiator setzen wir hier eine Base ein, zum Beispiel das Terziere Butyl Lithium, das relativ leicht zerfällt in dieses Kation-Anion-Paar. Jetzt haben sie hier eine sehr starke Base und eine negative Ladung und können damit sehr leicht an das terminale Kohlenstoff unseres Polystyrols angreifen. Ich zeige die mal hier ein und dann bekommen sie eine Umlagerung dieser Elektronen an dieses Kohlenstoff und dann haben sie also dementsprechend ihr reaktives Ende oder ihre reaktive Substanz hier. Die kann dann dementsprechend in der Propagation mit anderen Stiroleinheiten reagieren, ebenfalls jeweils über das terminale Kohlenstoff zur Doppelbindung und sie bekommen dann dementsprechend das Wachstum ihrer Kette. Terminierung oder Kettenabbruch erfolgt dann zum Beispiel über die Abstraktion eines Protons. Sie haben hier eine negative Ladung, die möchte unbedingt irgendwoher einen Proton bekommen und es ist auch sehr gut darin, andere Protonen zu abstrahieren. In diesem Fall kommt das Proton aus unserem Alkohol, hier als Methanol und sie protonieren dementsprechend diese negative Ladung und beenden dann auch die Reaktion unter Bildung eines Lithiumalkoholats. Das Grundgerüst solcher Polyalkane bildet also diese Alkankette. Allerdings wissen wir ja jetzt auch mittlerweile, dass man diese Alkane relativ leicht funktionalisieren kann. Dementsprechend also unterschiedliche X-Gruppen in diese Position bringen kann. Polyethylen kennen wir. Das liegt dann vor, wenn dieses X hier ein Wasserstoff ist. Eingesetzt wird Polyethylen in Schläuchen, in Haushaltsgegenständen, Spielzeug, Plastiktüten usw. Polystyrol haben wir ebenfalls angesprochen. Das liegt dann vor, wenn das X eine Phenylgruppe ist. In diesem Fall wird es eingesetzt in Haushaltsgeräten, CD-Höhlen, Schaumstoffen, Dämmstoffen, Verpackungsmaterial usw. Sie können ebenfalls zum Beispiel Chlorid hier dran substituieren. In dem Fall sprechen wir von Polyvinylchlorid. Auch hier wieder kommt das Ganze zum Einsatz in Schläuchen, Kunstleder, Böden, Spielzeug, Abflussrohren. Zum Beispiel in Dachrinnen ist diese Endgruppe hier eine CN-Gruppe, also eine Nitrilgruppe, haben wir Polyacrylnitril vorliegen. Das finden Sie in synthetischen Fasern und Textilien. Beim Polyvinylacetat haben wir hier unsere Acetatgruppe anstelle des X. Das haben Sie in Klebern, Farben, auch zum Beispiel Latex oder auch in Kaugummi vorliegen. Ist die X-Gruppe ein Alkohol, dann haben Sie Polyvinylalkohol. Das ist eine wasserlösliche Verpackung. Das haben Sie ebenfalls in Zahnpasta oder in künstlichen Nährböden. Dann können Sie dort ebenfalls auf analoge Weise das Polyvinylpyrolidon herstellen. Also ein Plasmaexpander. Oder das Polyacrylamid. Das findet besonders Einsatz in Elektrophoresegelen. Oder die Polyacrylsäure. Das ist ein super Absorber, den Sie insbesondere auch zum Beispiel in Windeln vorfinden. In industriellem Maßstab werden diese wichtigen Polymere, die wir auf der letzten Folie besprochen haben, allerdings nicht aus Funktionalisierung von Alkan-Ketten, von Polyalkan-Ketten gewonnen, sondern aus dem Grundstoff Ethin. Sie erinnern sich an Vorlesung 3. Das Ethin selber ist ein lineares Molekül. Also eine Wasserstoff-Kohlenstoff-Bindung, eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Dreifach-Bindung und dann wieder eine Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung. Die Bindungswinkel zwischen diesen einzelnen Bindungen sind 180 Grad. Das heißt, die Sigma-Bindungen von Wasserstoff zu Kohlenstoff, zu Kohlenstoff, zu Kohlenstoff und zum Schluss von Kohlenstoff zu Wasserstoff bilden dieses lineare Sigma-Gerüst. Und senkrecht dazu haben wir jeweils zwei Pi-Bindungen. An dieser Dreifachbindung von Ethin können Sie jetzt natürlich auch Chemie machen, weil wir hier besonders viel Elektronendichte und Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung haben. Zum einen können Sie Ethin oder auch genannt Acetylen umsetzen mit Wasserstoffgas über einem Katalysator Platin oder Palladium zu Ethen. Wenn Sie dann weiter mit Wasserstoff umsetzen oder hydrieren, erhalten Sie Ihr Ethan. Ebenso können Sie Ethin umsetzen mittels Chlorgas zu 1,2-Dichlor-Ethen. Und dann dementsprechend weiter zu 1,1-2-2-Tetrachlor-Ethan. Das Ethin spielt eine besonders wichtige Rolle in der Verwendung als Schweißgas, besonders in der Form von Oxacetylen oder ebenso bei der Vinylierung. Das heißt also der Umsetzung von Alkinen mittels elektrophiler Addition zu Alken-Derivaten. Und das sind dann auch ebenso die Monomere für die Kunststoffherstellung all dieser Polymere, die wir eben gerade auf der letzten Folie gesehen haben. Beispiele für solche Vinylierungsreaktionen sehen wir hier. Wir nutzen also wie gesagt die Elektronendichte und unsere Kohlenstoff-Kohlenstoff-Dreifarbindung und setzen das Ethin zum Beispiel mit Salzsäure um. In dem Fall bekommen Sie Protonierung in einem der Kohlenstoffe und dann jeweils die Addition, die elektrophile Addition von Chlor- oder von Chlorid an das jeweils andere Kohlenstoff. Wenn Sie das machen, bekommen Sie Ihr Vinylchlorid. Wie der Name schon suggeriert, ist das das Monomer von unserem PVC, von unserem Polyvinylchlorid. Analog geht das Ganze ebenfalls mit dem Cyanwasserstoff oder mit unserer Blausäure. In dem Fall erhalten Sie Ihr Acrylnitril, setzen Sie Ethin mit einem Alkohol um, erhalten Sie hier eine CO-Rest-Bindung. Wenn der Rest ebenfalls ein Kohlenstoff ist zum Beispiel, dann erinnern Sie sich an Vorlesungen 3 und 4. Hier ist das unsere Ether-Bindung und Sie erhalten Ihren Vinyl-Ether. Sie können ebenfalls diese Dreifarbindung verästern. In diesem Fall reagieren wir mit einer Carbonsäure um und Sie bekommen Ihren Vinyl-Ether. Das heißt also hier die Doppelbindung, dann vom Kohlenstoff an die Bindung zum Sauerstoff und dann zu unserem Kohlenstoff hier. Oder Sie setzen das Ganze mit Wasser um. In dem Fall bekommen wir ein Az-Aldehyd. Das heißt also diese Doppelbindung ist dann in diesem Fall nicht stabil und liegt dementsprechend eben durch Umlagerung dieser Doppelbindung von dieser Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung in die Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung lieber als Az-Aldehyd vor. Haben wir in unserem Gerüst dieser Alkan-Kette Doppelbindungen vorliegen, können wir zwischen drei prinzipiellen Fällen unterscheiden. Zum einen wäre da die isolierte Doppelbindung, das heißt also zwischen den Doppelbindungen befindet sich mindestens ein sp3-hybridisiertes Kohlenstoffatom. In dem Fall können wir diese Doppelbindungen nicht innerhalb des Moleküls verschieben, so wie wir es schon mal kurz angesprochen haben. Alternativ haben wir konjugierte Doppelbindungen, das heißt in diesem Fall befindet sich genau eine Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfachbindung zwischen den Doppelbindungen. Das Wiederholmuster wäre also Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung, Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfachbindung und dann zum Schluss Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung. Oder wir haben den Fall, dass ein Kohlenstoff-Atom an zwei unterschiedlichen Doppelbindungen beteiligt ist. Wie zum Beispiel hier beim Propadien oder Allen, dann haben Sie hier den Fall vorliegenden Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung, gleich dann wieder die Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindung. Diesen Fall bezeichnen wir als kumulierte Doppelbindung. An solchen ungesättigten Doppelbindungen können wir jetzt auch Chemie machen. Analog zu dem Fall, den wir für das Ethin besprochen haben, können wir also diese Doppelbindungen hydrieren. Hier behandeln wir ein 1,5-Hexadien mit Wasserstoffgas unter Verwendung eines Katalysators, in diesem Fall Platin, auf Aktivkohlenstoff. Und wir erhalten dabei unser Hexan. Bei diesem Prozess kommt es also zu einer Addition von elementarem Wasserstoff und es wird eine Energie frei, die wir als Hydrierungsenergie oder Hydrierwärme bezeichnen. Beim Pentadien findet ein analoger Prozess statt. Auch hier verwenden wir elementaren Wasserstoff und wir erhalten wieder als Hydrierwärme ungefähr minus 250-255 Kilojoule pro Mol. Das heißt, in beiden Fällen haben wir zwei isolierte Doppelbindungen hydriert und dementsprechend bekommen wir zweimal ungefähr 125 Kilojoule pro Mol. Kurioserweise sieht das beim 1,3-Butter-Dien ein bisschen anders aus. Wenn wir hier hydrieren, erhalten wir als Hydrierwärme nur minus 239 Kilojoule pro Mol zurück, obwohl wir doch zwei Doppelbindungen hydriert haben. Jetzt sehen Sie aber schon den Unterschied, während beim 1,5-Hexadien und beim 1,4-Pentadien jeweils zwei isolierte Doppelbindungen hydriert worden sind, haben wir beim 1,3-Butter-Dien eine konjugierte Doppelbindung. Das heißt also, dieser Differenzbetrag muss irgendwie daherrühren, dass diese Doppelbindungen im 1,3-Butter-Dien chemisch anders aussehen als in den beiden isolierten Fällen. Und wie das im Detail aussieht, sehen wir uns im Folgenden an. Beim 1,3-Butter-Dien liegen zwei Doppelbindungen vor und unserer Definition von vor zwei Folien nach zu verurteilen, sind das also konjugierte Doppelbindungen. Wir haben hier zwischen diesen Doppelbindungen eine einzige Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung. Was meinen wir damit, wenn wir von konjugierten Doppelbindungen reden? Wenn wir von konjugierten Doppelbindungen reden, heißt das, dass wir die innerhalb des Moleküls umlagern können. Das heißt im Prinzip können Sie sich vorstellen, diese ganzen Bindungen klappen um eine Stelle um. Das heißt also von nach hier und dementsprechend klappt diese Bindung ebenfalls um an das terminale Kohlenstoffatom. Und Sie erhalten dann dementsprechend in Position 1 eine positive Ladung und in Position 4 eine negative Ladung. Analog dazu könnte man nicht nach rechts, sondern nach links hin umklappen. Das heißt in diesem Fall klappt unsere Doppelbindung hier einmal um und dementsprechend bekommen wir die negative Ladung hier am ersten Kohlenstoffatom. Das heißt also, diese simple Valenzstrichformel, wie wir das 1,3-Buta-Dien normalerweise darstellen, trägt der eigentlichen Bindungsverhältnisse in diesem Molekül keine ausreichende Rechnung. Diese SP2-Kohlenstoff-Einfachbindung im Buta-Dien ist nämlich kürzer als eine typische Kohlenstoffeinfachbindung. Das haben Sie hier unten aufgetragen. Zwischen diesen beiden zentralen Kohlenstoffatomen haben wir einen Abstand von 1,47 Angströmen oder 147 Pikometer. Und die normale Kohlenstoff-Kohlenstoff-Einfachbindung, wie Sie sie zum Beispiel in allen Alkanen haben, ist üblicherweise 1,54 Angströmen oder 154 Pikometer. Wie kommt so etwas zustande? Eben aufgrund dieser Konjugation in diesem Molekül. Unsere Konjugation wird hierdurch klarer, wenn wir uns die beteiligten Orbitale an diesen Bindungen im 1,3-Buta-Dien einmal ansehen. Wir erinnern uns, Ethen oder alle anderen Doppelbindungen haben eine Überlappung von P-Orbitalen an den benachbarten SP2-hybridisierten Kohlenstoffen. Und durch diese Überlappung erhalten wir dann unsere Pi-Bindung. Das haben Sie im 1,3-Buta-Dien zweimal vorliegen. Jeweils einmal hier an den terminalen Enden, hier in blau gekennzeichnet. Allerdings sehen wir hier auch sofort, diese P-Orbitale hier an diesen Kohlenstoffen in 2- und 3-Positionen, die sind parallel zueinander ausgerichtet. Das heißt also, auch hier bekommen wir eine schwache Überlappung dieser P-P-Orbitale. Und dementsprechend können wir diese Doppelbindungen nicht nur innerhalb des Moleküls verschieben, was diese Konjugierung bedeutet, sondern sie bekommen hier auch schwache Wechselwirkungen zwischen diesen P-Orbitalen, einen leicht doppelbindenden Charakter und dementsprechend auch einen kürzeren Bindungsabstand. Diese Möglichkeit, konjugierte Doppelbindungen umzulagern, bezeichnet man als Mesomerie. Mesomere Grenzstrukturen nennen wir auch Resonanzstrukturen. Das sehen Sie hier oben. Das sind also zwei oder mehrere Strukturen einer Verbindung mit gleicher Atomanordnung, aber unterschiedlicher Elektronenanordnung. Das heißt also, die wirklichen Bindungsverhältnisse werden in keiner dieser beiden Darstellungen wirklich gerecht. Die liegen also irgendwo dazwischen oder Meso zwischen diesen Grenzstrukturen. Allerdings können diese Grenzstrukturen auch in unterschiedlichen Anteilen in Realität vorkommen, je nach Polarität oder Stabilität der jeweiligen Grenzstrukturen. Hier sehen wir uns mal ein paar Beispiele an. Hier an der Carbonylgruppe sehen wir, wir können diese Doppelbindung hier vom Kohlenstoff zum Sauerstoff umklappen oder eine dementsprechend eine Resonanzstruktur oder ein Mesomer zeichnen, indem wir eine positive Ladung hier an diesem Kohlenstoff verorten und die negative Ladung an dem Sauerstoff. Beim Benzen sieht das Ganze ebenfalls ähnlich aus. Diese Struktur hatten wir schon einmal gesehen, als wir in Vorlesung 1 oder in Vorlesung 2 hier können wir im Prinzip jede dieser Doppelbindungen einmal um eine Position umklappen. Das heißt also, in der Resonanzstruktur sind alle Doppelbindungen jeweils um eine Stelle gewandert. Das Ganze hier rechts für das Allylkation, also für geladene Spezies. In diesem Fall können wir ebenfalls delokalisieren oder umklappen. Das heißt, die Doppelbindung wandert hier um eine Stelle weiter. Dementsprechend verschiebt sich dann auch die positive Ladung innerhalb dieses Allylkations. Beim Allylanion verhält er sich ähnlich. Das heißt, in diesem Fall bilden wir eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung hier auf. Und diese Doppelbindung löst sich dann dementsprechend und wir erhalten eine negative Ladung an dem anderen Ende dieser Kohlenstoffkette. Dasselbe funktioniert ebenfalls mit Radikalen. Hier verbinden sich dann jeweils das terminale Radikal und ein Elektron aus dieser Pi-Doppelbindung miteinander. Und übrig bleibt ein Radikal an dem jeweils anderen Ende dieser Dreierkette übrig. Die Fähigkeit, mesomere Resonanzstrukturen zu bilden, geht mit einer Absenkung der freien Enthalpiza-Moleküle einher. Das heißt also, Delokalisierung dieser Pi-Elektronen ist begleitet durch Stabilisierung der Moleküle Energie. Sehen wir uns das Ganze mal am Beispiel der Hydrierung von isolierten und konjugierten Doppelbindungen ein bisschen genauer an. Die Addition von zwei Wasserstoffen an 1-Buthen, also an eine isolierte Doppelbindung, ist eine Reaktion, die freiwillig abläuft und also dementsprechend thermodynamisch günstig ist. Wir sprechen hierbei von einer Hexagonenreaktion. Das heißt also, dieser Ausdruck hier ist negativ und hat hier den Betrag von Delta G gleich minus 127 Kilo Joule pro Mol. Delta G ist eine Abkürzung für die Gipsenergie dieses Moleküls. Zu bemerken ist einfach nur der Betrag, um dass es negativ ist. Das heißt also, Hexagon, diese Reaktion, also wie gesagt, läuft freiwillig ab und ist thermodynamisch begünstigt. Das heißt also, wenn wir uns jetzt zwei Doppelbindungen nehmen, wie zum Beispiel beim 1-3-Butter-Dien, müsste also diese Addition von vier Wasserstoffen anstelle dieser zwei ungefähr zweimal diesen Betrag hier, zweimal minus 127 Kilo Joule pro Mol, also minus 154 Kilo Joule pro Mol liefern. Jetzt haben wir auch schon gesagt, bei der eigentlichen Hydrierung von Butter-Dien erhalten wir nur minus 239 Kilo Joule pro Mol, wenn wir komplett alles durchhydriert haben. Und das, obwohl wir zwei Doppelbindungen umgesetzt haben. Und diese Differenz von 15 Kilo Joule pro Mol, also der Differenzbetrag zwischen dem theoretischen Wert und dem eigentlich gemessenen Wert, den nennt man Resonanzenergie, dieses Butter-Diens. Also um diesen Betrag von 15 Kilo Joule pro Mol ist die Grundenergie dieses Moleküls stabiler, dank der Delokalisierung. Das heißt also, je stärker die Elektronendelokalisierung, zum Beispiel je größer das Pi-Elektronensystem ist, das konjugiert ist, desto größer ist auch diese Resonanzenergie. Sehen wir uns die Hydrierung von diesen Doppelbindungen mal in einem Energiediagramm an. Also wir fangen hier oben an mit 1 Butten, wir nehmen davon zwei Moleküle und haben jeweils zwei isolierte Doppelbindungen zu hydrieren. Das Ganze ist wieder ein exogener Prozess und die Energiedifferenz, wenn wir von 1 Butten zu Butan gehen, sind, wie wir schon sagten, minus 253,7 Kilo Joule pro Mol. Nehmen wir jetzt ein Reaktionsgemisch von Butan und 1,3 Butter-Dien, haben wir eine ähnliche Stolkiometrie. Das heißt also, wir haben jeweils zwei Moleküle, zwei Doppelbindungen, die reagieren und die hier in diesem Fall hydriert werden. Und wir erhalten daraus dann auch wieder zwei Butan-Moleküle. Das heißt also, diese konjugierten Doppelbindungen werden komplett hydriert zu Butan und an dem eigentlichen Butan selber passiert gar nichts. Wir haben das hier gewählt, damit wir jeweils zwei Moleküle haben in beiden Reaktionen und jeweils auch zwei Doppelbindungen. Bei dieser Reaktion allerdings ist die Hydrierungsenergie minus 239,1 Kilo Joule pro Mol. Das heißt also, thermodynamisch nicht ganz so präferenziell wie die Hydrierung einer isolierten Doppelbindung. Und genau diesen Differenzbetrag, den wir hier haben, diese 14,7 Kilo Joule pro Mol, also diese ungefähr 15 Kilo Joule pro Mol, die wir gerade eben aus der letzten Folie besprochen haben, das ist genau diese Resonanzenergie. Das heißt also, das ist der Energiebetrag, um den diese Doppelbindung hier jetzt stabiler ist. Bei der Hydrierung also müssen wir zuerst diese Resonanzstruktur aufbrechen. Die Natur mag konjugierte Doppelbindungen, deswegen wird bei dieser Reaktion auch die Hydrierungsenergie um diesen Betrag 14,7 Kilo jünger ausfallen. Die Anwesenheit von konjugierten Doppelbindungen hat auch einen Einfluss auf die Reaktion, die wir mit diesen Doppelbindungen vornehmen können. Hier in diesem Fall unternehmen wir eine elektrophile Addition von Bromgas an diese Doppelbindung. Sie erinnern sich an die vorangegangenen Vorlesungen. Das heißt, wir nehmen Bromgas und können dann unter elektrophiler Addition hier unser Bromonium Kation bilden und dementsprechend auch unser Brominus hier abspalten. Nun können das Brominus direkt hier an dieses höher substituierte Delta-positive Kohlenstoff angreifen. In dem Fall lösen wir hier unsere Kohlenstoff-Brom-Sigma-Bindung auf und sie erhalten ihr Produkt aus einer 1-2-Addition. Das heißt, die Brom-Atome enden dann jeweils an dem ersten und an dem zweiten Kohlenstoff. Mit der anderen Doppelbindung ist nichts passiert. Wir haben jetzt allerdings auch noch eine andere Möglichkeit. Das heißt, an dieses Delta-positive Kohlenstoff kann ebenfalls Elektronendichte aus dieser Kohlenstoff-Kohlenstoff-Pi-Bindung umgelagert werden. Das heißt, wir bilden ein Mesomer unseres Bromonium-Kations und in diesem Fall lagern wir hier die Doppelbindung um und diese Bindung Kohlenstoff-Brom wird ebenfalls gekappt und wir erhalten dann dementsprechend unsere Doppelbindung hier in der Mitte des Moleküls, unser terminales Brom- und eine positive Ladung an unserem terminalen Kohlenstoff hier in 4er Position. An dieses terminale Carbocation kann jetzt unser Bromid jetzt auch angreifen und wir erhalten als Ende unser 1,4-Additionsprodukt. In diesem Fall hängen die Brom-Substituenten in jeweils der 1er- und der 4er Position und hier in 2er Position haben wir unsere Doppelbindung gebildet. Monomer-Bausteine mit konjugierten Doppelbindungen können auch zur Polymerisation gebracht werden und dann erhalten wir dementsprechend Polymere mit eingebauten Doppelbindungen. Das heißt in diesem Fall nehmen wir Isopren und durch Polymerisation erhalten wir zum Beispiel unser Cis-Polyisopropen oder natürlichen Kautschuk. Wird Butadien polymerisiert, erhalten wir Buna, einen künstlichen Kautschuk oder das Polybutadien. In dem Fall haben wir isolierte Doppelbindungen und das 1,4-Trans- oder Entgegenprodukt. Wir erhalten in diesem Polymerisationsgemisch ebenfalls das 1,4-Cis- oder Zusammenprodukt. Hier sind diese Substituenten jeweils auf der einen Seite der Doppelbindung, also Cis- oder Zusammen für Z. Oder durch die mesomeren Grenzstrukturen kann diese Doppelbindung ebenfalls umgelagert werden und wir erhalten unser 1,2-Produkt. So, das bringt uns jetzt auch zum Ende dieser Vorlesung. Wir haben uns jetzt angeschaut, welche wichtige Rolle Konjugation von Doppelbindungen auf die Moleküleigenschaften hat. Und wir haben auch ein paar Additionen von Substituenten an solche Doppelbindungen jetzt mal in Aktion gesehen. Im weiteren Verlauf schauen wir uns an, wie Substitutionsreaktionen an solchen aromatischen oder konjugierten Systemen denn eigentlich genau ausschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal!